Tarasana, die Sternenhaltung, ist ein Yoga-Asana, eine Stellung, welche die Hüftflexibilität fördert. Tarasana gehört zu den Lotus-Vorübungen, gehört zu den Schmetterlingsvariationen und eben auch zu den Vorbeugen und den sitzenden Haltungen. Anu zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gibst du die Fußsohlen zusammen, wie in Badrasana, auch Badakonasana genannt, gibst aber die Füße weiter weg, als du es für Badrasana oder Badasana machen würdest. Von hier ausgehend gibst du die Hände um die Füße und dann gibst du den Kopf Richtung Füße oder vor die Füße. Und das Ganze ist dann eben Tarasana, der Stern. Die Knie und die Ellbogen zeigen nach außen, die Füße und das Becken nach hinten. Von oben betrachtet hast du so einen Stern mit insgesamt sechs Zacken. Und dieser Tarasana ist auch ein Symbol für Anahata-Chakra. Das Anahata-Chakra, das Herz, ist auch hier ziemlich genau in der Mitte. Jetzt nicht von oben betrachtet, aber wenn du doch letztlich von oben betrachtet, ist das Herz-Chakra genau in der Mitte. Und so ist Tarasana etwas, um das Herz-Chakra zu stimulieren, um dich zu fühlen im Mittelpunkt eines Sternes. Und du kannst dir vorstellen, dass du tief in deiner Mitte bist, dass du leuchtest und strahlst wie ein Stern und viel Gutes bewirken willst. Erst. 正. er